Musik Tritra tralala, tritra tralala, der Kasperl, der ist wieder da. Grüß euch Kinder, seid ihr alle da? Ja, das freut mich, dass wir uns wiedersehen. Was macht ihr so den ganzen Tag? So ohne Schule und Kindergarten. Ist euch nicht schon recht langweilig, immer so daheim sein? Also ich, ich fahre bei schönem Wetter mit meinem Radl rum. Und wenn es regnet, sitze ich in Großmutters Küche und lese in meinem großen Märchenbuch. Hab's euch mitgebracht. Schaut's mal, so dick ist es. Ja, aber heute habe ich schon einen anderen von der Prinzessin bekommen. Stellt euch das mal vor. Ja, die war ja ganz aufgeregt und hat gesagt, sie braucht meine Hilfe. Na ja, ihr wisst ja, eigentlich soll man zur Zeit ja keine Besuche machen. Aber eine Person darf man im Freien treffen. So ist das. Und wenn ich sie jetzt im Schlosspark sehe und Abstand halte, dann ist das schon in Ordnung. Also, auf geht's. Kommt sie mit, Kinder? Ja? Majestät ist Pfundig. Dann bis gleich im Schlosspark. Ich bin ja so traurig. Ich darf meine Freunde nicht sehen und ich möchte doch so gerne mit dem Kasperl und dem Säpel spielen und mit der Kredel neue Flechtfrisuren ausprobieren. Vorhin bin ich vor lauter Langeweile in den Garten gegangen und habe mit einem schönen neuen Ball gespielt. Hochwerfen und fangen. Hochwerfen und fangen. Das kälte ja, Kinder. Und dann habe ich einen Moment nicht aufgepasst und mein schöner neuer Ball ist da in den Brunnen hineingefallen. Und weg ist er. Hochwerfen und fangen. Hochwerfen und fangen. Hochwerfen und fangen. Aber ich habe schon den Kasperl angerufen und ihn um Hilfe gebeten. Ach, der Karsperl fällt doch immer etwas ein. Ich hoffe nur, er kommt bald. Hu 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 ha. Hallo, Prinzessin. Prinzessin, da bin ich schon. Ja, hu 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 hu. Was ist denn los? Hu 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 hu. Du meinst ja ganz schrecklich. Na, was kann ich denn für dich tun? Mein Kaschball, gut, dass du da bist. Mein schöner neuer Ball ist da in den Brunnen reingefallen. Kannst du ihn mir bitte wiederholen? Ui, in dem Brunnen da. Schmeider ist voll ganz schön tief. Da, da unten. Ich seh den Ball. Ja, aber wie bekomme ich denn den wieder raus? So, also einfach reinspringen geht fein nicht. Naja, vielleicht kann ich den Ball ja da mit dem Eimer rausholen. Ich will mal schauen, ob das funktioniert. Hm, ja sowas. Nein, das glaube ich klappt nicht. Aber du merkst schon, dass das nicht geht. Ja, was mache ich denn dann, Kinder? Ach, ich probiere es einmal mit einer Angelschnur. Schaut es einmal, da haben sie schon. Ja, gut, dass ich immer so allen möglichen Grimmsch-Krammsch dabei habe. Hier. Oh. Mei, das klappt auch nicht. Sowas. Hm. Der Ball bleibt da nicht hängen an dieser Angelschnur. Na, jetzt muss ich wirklich einmal kurz nachdenken. Hm. Tja. Ja, da habe ich doch heute Vormittag in meinem Märchenbuch gelesen. Dass irgend so ein Tier der Prinzessin geholfen hat. Wisst ihr, Kinder, welches Tier das war? Wo war das vielleicht eine Katze, hä? Nein, gell? Oder ein Esel? Auch nicht. Ja, genau. Ein Frosch war das. Ja, und er hat von der Prinzessin eine Belohnung dafür gekriegt. Vielleicht gibt es hier im Park ja auch einen Frosch, der uns hilft. Du Prinzessin. Ja, Kasperl? Geh doch schon mal ins Schloss und sag was Hübsches, was du deinem Helfer schenken kannst. Und ich und die Kinder, wir rufen in der Zwischenzeit nach dem Frosch. Na, das ist eine gute Idee, Kasperl. Ich geh gleich in unsere Schatzkammer und hol eine Belohnung. Ja, da bin ich gespannt, ob sie was Gescheites findet, die Prinzessin, was so ein Frosch auch haben mag. Das ist ja nicht so einfach. Hm, Kinder. Und nicht? Jetzt rufen wir alle mal ganz laut nach dem Frosch. Gemeinsam. Frosch! Frosch, wo bist du? Quack! 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 Was ist denn das für ein Nerm in unserem ruhigen Schlosspark? Quack! Quack! Ich bin vor Schreck so hochgehüpft, dass mich fast der Storch entdeckt hätte. Quack! Mein Entschuldige, lieber Frosch, das wollte ich nicht. Du, sag einmal, kannst du uns bitte helfen? Weißt du, der Ball von der Prinzessin ist da in den Brunnen reingefallen. Könntest du ihn bitte rausholen? Quack! Quack! Erst erträgt ihr mich zu Tone und dann soll ich euch helfen. Fällt mir ja gar nicht ein. Quack! Quack! So ein ungefälliger Bursch, Kinder. So ein ungefälliger Kern. Ja, doch hilft nur eins. Den müssen wir jetzt überlisten. Sonst hilft er uns nicht. Frosch, ich habe mir gleich gedacht, dass diese Aufgabe zu schwer für dich ist. Du kannst ja wahrscheinlich gar nicht so tief springen und tauchen. Ja, dann muss ich halt eben die Kröte fragen. Ja, was sagst du da? Ja, Quack, 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 ich werde dir gleich zeigen, wer hier am besten springen und tauchen kann. Ich bin der allerbeste Taucher, den es gibt. Quack! 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 Hihi, Kinder. Hat schon geklappt. Quack! 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 vissentenrat und gleich zurück fесяn Hau obedcje sie nach demnischen kniehen. Piste auch das ihre Gräonte, die Gespenste hyvä undate Die Gräonteinnen und Fresse br Ergebnis Schöner Ball ist wieder da. Vielen, vielen Dank, Frosch. Vielen Dank, Kaschball und Kinder auch. Na, das habe ich doch gern gemacht. Und die Kinder, die haben ja auch wieder ganz toll geholfen. Und wenn ich jetzt schon einmal da bin, dann können wir ja jetzt zusammen Ball spielen. Übrigens, Kinder, wenn ihr das nächste Mal in die Stadtbücherei geht, dann schaut euch mal die vielen neuen Märchenbücher an, die es dort gibt. Man weiß ja nie, ob man es nicht vielleicht brauchen kann, okay? Fiat euch, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Kinder.